Musik Ja, hallo ihr Leute, liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wieder euer Mestester und zwar mit einem weiteren Unboarding-Boxing, das kommt von Logic 3. Ja, wir machen das jetzt einfach mal auf. Man könnte es auch so machen. Sehr gut verpackt, schon mal. Was haben wir hier? Eine iStation 20 und das sehe ich hier, hier passt das iPhone gar nicht rein. Jetzt habe ich einen Schluck auf. Machen wir mal kurz auf. Wow, sieht ja sehr schick aus. Oh, die ist richtig flach, so flach hätte ich die gar nicht eingeschätzt. So, sieht das Ganze dann aus. Yeah. Bam, bam. Ähm, naja, mal schauen, wie man das dann hier so hinbekommt. Ups, hier ist noch eine Fernbedienung. Und jetzt dürfen wir die Aufsätze hier füllen. Ach, Mann. Stecker? Ein amerikanischer Stecker? Eigentlich ist das Deutsch. Und hier haben wir den Aufsatz für... Hä? Was ist das? Ach, Mann. What is this? Ah, aber kein Dreck reinfällt. Okay. Und den Aufsatz sollte man dann selber haben oder man stellt das einfach so rein, wahrscheinlich. Na ja, mal sehen, wie das Ganze wird. Ah. Yeah. Okidoki. Also, hier kann man aber das Läden reinstecken, sehe ich gerade. Dann klappen wir das mal wieder zurück. Müssen wir da jetzt hier beide Finger drauf drücken. Okay. Yeah. Also, vielen Dank dafür. Ui. Ui. Ui wird folgen. Zu der Ice Station 22. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Man sieht sich... Ich werde jetzt meinen Schluck auf etwas beheben. Man sieht sich, oder nicht? Und ciao. Ich werde jetzt meinen Schluck auf etwas beheben.